Rick, ich liebe dich. Und ich bin für dich da. Aber wir brauchen Abstand von alledem. Wir müssen zu unserem eigenen Leben zurückkehren. Gemeinsam festen Boden finden. Und ich verspreche dir, ich werde nirgendwo hingehen. Wir haben so lange gewartet, jetzt lass uns das einfach richtig machen. Wie lange? Keine Erwartungen und kein Druck. Nur wir zwei. Und dann werden wir drüber reden. Ich hab gehört, sie sucht nach Antworten. Wer sind sie und woher haben sie diese Nummer? Ich weiß viele Dinge. Auch was mit ihnen passiert ist. Sind sie bereit, die Wahrheit zu hören?